Was ist dir heilig? Freunde, Glaube, Familie, gemeinsam feiern und leben. Was ist Ihnen heilig? Das Leben. Wahrscheinlich müsste ich jetzt von Berufs wegen sagen, und die Kirche. Das sage ich aber jetzt nicht. Vielleicht Nächstenliebe. Nächstenliebe ist gut. Nächstenliebe ist gut, ja. Doch, ich nehme Nächstenliebe. Dankeschön. Gerne. Was ist in dem Bistum Passau heilig? Was ist hier heilig? Was ist mir heilig? Unsere Gnadenmutter von Altöttingen ist mir heilig. Was ist Ihnen heilig? Also mir ist die Familie ganz wichtig. Und auch irgendwie mein Dorf, sage ich mal. Ich bin ja aus Semmersdorf. Welches Dorf ist das denn? Semmersdorf. Da, wo wir auch die Passion eben spielen. Wir haben eine ganz super tolle Dorfgemeinschaft. Wir sind ein kleines Dorf, 680 Einwohner, aber ich kenne jeden. Und das ist mir total wichtig. Und heilig auch irgendwie. Das ist mir total wichtig. Vielleicht ist es mir total. Hier ist mir total wichtig. Ja, da war die 4,5 bis 1,5 bis 2 bis 2. Ich weiß nicht, das war die 8,5 bis 2. Und dann. Ich weiß nicht, was mich passiert. Weil meine Trinklade istvarm. Ich weiß nicht nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Vielen Dank.